Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Ja, Leute, ich darf euch recht herzlich hier in Eisenbach begrüßen. Ja, was geht ab? Mein Name heißt Rolf Meier, das sage ich immer zu Beginn. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Entertainer im Bereich Humor. Ja, ich mache Humor-Entertainment, introvertiertes Humor-Entertainment im extravaganten Premiumbereich. Und ja, ich kann direkt zu Beginn festhalten. Ich freue mich! Ich freue mich! Ich freue mich jetzt schon um halb 10, denn da ist Feierabend! Jawoll! Yeah! Nein, aber bis dahin arbeite ich natürlich gern für euch. Ich arbeite generell sehr gerne. Es gibt Leute, die arbeiten nicht gerne. Ich arbeite sehr gerne. Generell arbeite ich sehr, sehr gerne. Das muss man sich nur immer wieder sagen. Aber ja, ich hatte eine Zeit, da habe ich nicht so viel gearbeitet. Das war 2014. 2014 habe ich eine einjährige Tourpause eingelegt als Burnout-Prophylaxe. Burnout-Prophylaxe war damals nötig, da ich ganz recht die Burnout-Anzeichen hatte. Zum Beispiel hatte ich halt an einer Stelle unter der Haut so ein Kribbeln. Und da habe ich zu mir gesagt, das ist ein Warnschuss. Dann habe ich zu mir gesagt, oh, oh, oh. Wenn das mal nicht schlimmer wird. Denn das Kribbeln, das war hinten. Das war ja die Scheiße. Das Kribbeln war hinten. In der Kniekehle hinten drin. Hinten. In der Kniekehle, wo man so schlecht rankommt. Und ganz plötzlich war es da. Ganz plötzlich. Ich saß ganz normal am Schreibtisch. Ganz normal. Habe ganz normal aus dem Fenster geschaut. Ganz normal eine Dreiviertelstunde aus dem Fenster geschaut. Dann habe ich wieder reingeschaut. Zack, war das Kribbeln da. Da habe ich mir gesagt, das darf jetzt nicht wahr sein. Ausgerechnet jetzt, wo ich so schön am Schreibtisch sitze. Da habe ich zu mir gesagt, Rolf, wenn du in dem Tempo weiterarbeitest, dann fährst du vor die Hunde. Aber ja, ich habe sehr viel aus dieser Erfahrung mitgenommen und seitdem mache ich sehr gerne sehr viel gar nichts. Leute, ihr glaubt mir nicht, wie viel gar nichts man am Tag eigentlich machen kann. Man stellt es sich auch gar nicht vor. Aber ja, natürlich mal nicht nur gar nichts. Ab und zu sitze ich auch am Morgen am Frühstückstisch, im Schlafanzug und Frühstücke. Und dabei entsteht auch ab und zu mal noch das ein oder andere Gedicht. Eins davon habe ich heute zur Auflockerung mitgebracht. Das Gedicht wird über einen Mann und eine Frau. Der Mann heißt Klaus, die Frau nicht. Also, Mann, Klaus, Frau... Ah, deswegen. Also, der Mann heißt Klaus, die Frau nicht, habe ich schon mal gesagt, sage ich nachher auch nochmal. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Frau, die hat Angst vor dem Klaus. Jedes Mal, wenn sie ihn sieht, denkt sie sich, oh, da habe ich Angst vor. Darum geht es in dem Gedicht, um die Angst vor dem Klaus. Das Gedicht heißt Mann, Klaus, Frau Angst. Geht beides. Naja, egal. Okay. Mann, Klaus, Frau Angst. Meine Angst vor Klaus, die ist so groß wie die. Darum ist es jetzt aus, ich habe Klaustrophobie. Dankeschön, danke, war super. Klaus, aber wie die Angst vor Klaus. Hammer, wirklich. Als mir das eigentlich gefallen ist, habe ich direkt gewusst, Rolf, das kannst du nicht bringen. Und dann habe ich es doch gebracht und heute ist es einer der Eckpfeiler des Programms. Naja, ab und zu muss man sich einfach etwas trauen. Als nächstes hatte ich etwas vorgeleitet, bei dem ich nicht ganz wusste, ob es euer Humor ist. Dann ist es so, meiner ist es nicht. Meiner ist es in dem Fall nicht, aber manchmal hat man eben die Ideen und dann denkt man sich, ach komm, mach halt. Aber wir müssen es nicht machen, ist auch nur in Klammer. Aber ich habe mir hier auf der Hinfahrt nach Eisenbach, habe ich mir gedacht, wenn der in Eisenbach funktioniert, dann funktioniert der auf der ganzen Welt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Kompliment ist, aber naja. Okay, es ist ein Dialog, es geht auch ganz schnell, es ist ein Dialog zwischen einem Mann und einer Art Kind. Also ich fange mal an. Hallo. Ja, er soll ja. Hallo. Ja, er soll ja. Hallo. Ja, er soll ja. Ja, er soll ja. Hallo. Also, ich bin zuerst der Mann und dann bin ich der Kind. Der Kind steht hier und... Weiß jetzt? Wegen der Kind. Ja, ist ein Junge. Also, der Dialog heißt der Mann und der Kind und der Mann beginnt. Habe ich erst auch nicht verstanden, aber geschrien ist ein Knaller. Also, der Mann und der Kind. Hallo. Hallo. Ich kann's nicht ausreden. Oh, voll. Hallo. Hey, also. Hallo. Nein, Kleiner. Sag mal. Bist du nicht der Sohn von Ziegenficker? Nee. Nee. Duos. Das ist nicht in der Ernst Leute oder? Du거� Hyey! Wenn das euch auch Preuz und die einfach so steht, was da kommt. Jetzt Minzerimentes ab. Mensch 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 Also, ich notiere mal kurz. Siegenwitz. Hammer. In Klammer in Eisenbach. Nee, Leute, im Ernst. Ihr müsst ja selbst wissen, über was ihr lacht. Am Ende ist es euer Leben, ne? Naja. Naja, naja. Aber sonst war das okay oder nicht, oder? Naja, ist okay. Naja. Naja. So, Übergang an Tribünenseite. Auch gut. Jetzt kommt die Stelle, wo man überlegt, ob man den Notfahrgag einbaut. Den Notfahrgag braucht und immer dann, wenn es nicht so läuft, kann man heute eigentlich weglassen. Aber ich hatte auch schon einen Arm, den da dachte ich, du brauchst keinen Notfahrgag. Und am Schluss hab ich dann gedacht, boah, hättest du mal einen Notfahrgag gemacht. Also am besten immer einen Notfahrgag machen. Dann ist es noch passiert an der Seite. Okay. Machen wir einen Notfahrgag. Wie heißt der älteste Taxifahrer der Welt? Schlimmes. Denn es steht schon in der Bibel, Schlimmes wird uns widerfahren. Nein! Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Musik 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 Ihr wisst schon, warum das gerade war, oder? Was tut ihr so? Das war doch jetzt nur wegen des Umbaus. Ich musste einen Umbau vornehmen. Wenn ich einfach so hier oben Umbau sage, gar nicht ganz, braucht einfach so eine Umbau, ein bisschen lalala drüber, dann hat keiner zu merken, dass es umgebaut wurde. Ihr habt jetzt nicht im Ernst geklappt, dass ich da diese Laponie das singe, oder? Ich meine, klar, wenn man die Stimme hat, Nee, Leute, ich habe den Leuten hier von diesem Verein gesagt, ich habe ihnen gesagt, ich brauche eine Lehne, wenn ich auf dem Podest sitze. Dann haben die gesagt, kein Problem, wir stellen ihnen da einen alten Sack hin. Und da dachte ich schon, die meinen den Veranstalter, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall haben die zu mir gesagt, ich könnte versuchen, diesen Sack, also den Sack hinter mir meine ich jetzt, könnte ich versuchen, rückwärts von ihrem Ohr, versuchen und dann haben die gesagt, die Sackfalte kräftig rausziehen. Und dann könnte man sich im Grunde ganz bequem und so geht es schon mal nicht. Die haben zu mir gesagt, Spannendverein, ehrlich. Ich glaube, die haben den gestern erst geschossen. Jetzt haben die auch noch Sackhabe im Mund. Wie sieht es hier aus? Ach du Scheiße. Schaut mal, wenn man ihn so streifelt, wird er ganz glatt und so ein bisschen widerpassig. Das ist genau wie bei mir. Leute, gibt es Fragen oder können wir? Keine Fragen. Naja. Also ich frage mich manchmal schon, ob all meine Ideen wirklich bühnentauglich sind. Zum Beispiel war ich die neunig in der Küche und habe mir das Mittagessen zubereitet und dann habe ich mir überlegt, ob ich mir nicht diesen nervigen Weltsittich einfach mal packen und mit in die Roulade einarbeiten. Aber dann habe ich mir überlegt, ob ich den Käfig öffne, wie er sich freut, wie er sich freut, wie ich ihn mir packen, wie ich ihn in den Senf in die Roulade hineindrücke, wie ich ihn ummantel, wie er sich wehört. Und wie ich ihn dann leider fixieren muss mit der Rouladen-Nadel. Aber wir hatten keinen da. Das Einzige, was wir da hatten, war eine Stubenfliege. Da habe ich zu mir gesagt, okay Rolf, fängst du mal noch kleiner. Da habe ich versucht, die Stubenfliege alleine mit der Macht meiner Gedanken zur freiwilligen Landung in der offenen Roulade zu zwingen. Aber so viel Kraft hatte ich nicht. Und dann wollte ich schon weiter kochen. Plötzlich lag die Fliege direkt neben der offenen Roulade. Da habe ich gesagt, die will es doch nicht anders. Die will es doch besorgt bekommen. Da habe ich die Fliege fangen mit der Hand. Jetzt hatte ich die Fliege in der Hand. Da habe ich mir überlegt, was mache ich mit der Fliege. Jetzt wollte ich die ein bisschen an mich binden. Da habe ich einen dünnen Windfaden genommen und der hat die Hinterbeine gewickelt. Und dann rumfliegen lassen. Jetzt hatte ich die Fliege am Windfaden. Da bin ich dann die Kippe gelaufen mit der Fliege am Windfaden. Da habe ich gesagt, rund ein bisschen Luftraumfliege und jetzt auch nicht auf den Kopfkarten. Aber dann habe ich mir überlegt, die Fliege braucht noch irgendein Spruchband, eine Message. Ich habe einen Zettel genommen und draufgeschrieben, hier Flugverbotszone. Und da haben wir eine Windfaden gewickelt. Jetzt flog sie mit dem Zettel hier auf Flugverbotszone nach die Küche. Und sie hat gesagt, sag mal, willst du sagen, ob ich Steuerfliege? Kannst du nicht lesen? Danke, Eisner! Danke! 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 Danke!